Ich grüße euch, herzlich willkommen zu einem neuen Laber-Video bzw. FAQ. Ihr habt mir Fragen gestellt und ich habe euch schon in den letzten beiden Laber-Videos angekündigt, dass ich endlich mal eure Fragen beantworte, die ihr mir ja immer mit Hashtag FragFoodLove in die Kommentare schreiben könnt. Und dann alle paar Wochen werde ich ein Video machen, so wie dieses hier, und dazu eventuell einen Koawach-Kakao trinken aus einer Animal Crossing-Tasse. Und mit einem, Achtung, ich habe ein Hemd angezogen, weil ich hatte gerade so ein verwaschenes schwarzes T-Shirt. Was daran liegt, dass ich einfach es hasse, Klamotten kaufen zu gehen. Deswegen sieht manches T-Shirt, ach, jetzt mache ich euch eigentlich darauf aufmerksam, oder? Egal, nee, ich hasse einkaufen gehen, weil einfach alles scheiße aussieht und deswegen habe ich nie Lust, einkaufen zu gehen. Und deswegen habe ich ein schwarzes, verwaschenes T-Shirt, welches ich gerade angezogen hatte und dachte mir, nee, komm, mach dich doch mal schick für deine Zuschauer. Das ist ein bisschen unzüchtig, dieses Hemd, weil ich finde, der Knopf müsste ein bisschen weiter höher sein. Wenn ich den hier oben zumache, dann sehe ich aber aus wie so ein Spießer. Also mache ich lieber so ein bisschen, mache ich lieber so ein bisschen so. Sorry. Mache ich lieber so ein bisschen so. Nee, mache ich lieber so ein bisschen so. Mach es ab und zu mal zu, damit ich nicht unzüchtig aussehe und hier FSK18-Video habe. Und ziehe aber dann eben lieber ein Hemd an. Und das hat einen goldenen Kragen. Ich meine, hallo, wie cool ist das denn? Ich finde das richtig cool. Ich mag dieses Hemd. Es hat eine super coole blaue Farbe. Und es hat eben diesen richtig coolen, goldenen Dekoran, der vielleicht irgendwie so ein bisschen, ich möchte es nicht zu helltermäßig sagen, aussieht. Ich finde es cool. Ich finde es stylisch. Es ist nicht zu helltermäßig. Vor allem nicht, wenn man eine Animal Crossing-Tasse mit Kakao in der Hand hat. Das passt ja gar nicht. Ich müsste dann wahrscheinlich eher so ein Whisky trinken mit so einem Eiswürfel oder sowas. Wobei ich glaube, Whisky trinkt man ohne Eiswürfel. Das verbessert das doch nur. Andererseits, es gibt ja Whisky, die soll man verbessern. Ich weiß es nicht. Ich habe übrigens den Löffel vergessen, weil bei Corvach setzt sich unten manchmal das Pulver so blöd ab. Und da muss man immer so ein bisschen rühren zwischendurch. Deswegen muss ich immer so ein bisschen schwenken. Und aufpassen, dass es nicht hier auf dem Laptop tropft. Wo ich jetzt Fragen vorlese, die ihr mir gestellt habt. Wie gesagt, immer gerne zwischendurch mal fragt Wutloff. Am liebsten immer in ein Labervideo, weil ich dann eine bessere Übersicht habe. Aber wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es rein. Hashtag fragt Wutloff und ich beantworte sie beim nächsten Mal. Und auch wie gesagt, einfach mal wieder ein Labervideo. Wir haben hier eine Frage. Wie weit hast du es zur Arbeit? Es fängt unspektakulär an, aber vielleicht relevant, weil diese Frage ist in einem letzten Labervideo aufgetaucht, wo ich im Auto saß und von der Arbeit nach Hause gefahren bin. Und deswegen vermute ich diese Frage. Und tatsächlich fahre ich ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto. Und ich arbeite nicht in Dortmund, sondern in Schwerter. Da gibt es übrigens eine der ältesten noch traditionell arbeitenden Senfmühlen. Schwerter Senf ist das. Und der ist sogar ganz lecker. Der ist... Habe ich das Mikrofon richtig schon? Ja. Der ist wirklich sehr lecker. Kann ich euch empfehlen. Den gibt es manchmal auf dem Markt in Dortmund zu kaufen. Aber auch manche Supermärkte hier in der Region haben Schwerter Senf, Schwerter Mühlensenf. Sehr, sehr gut. Also, dann auch eine Frage von dieser Dame. Ich nenne manchmal keine Namen, weil dann... Es ist kein Problem, weil der Name ja öffentlich irgendwo da ist. Aber ich muss euch ehrlich gesagt sagen... Eigentlich ist es ja egal. Also, es gibt Leute, ich sag mal so, ich hab mich noch nie ausführlich damit beschäftigt, ob man streng genommen Usernamen öffentlich nennt. Also, wisst ihr, wenn ihr kommentiert, dann ist das ja eure Sache. Dann steht da euer Name. Manche Leute haben Vornamen, manche Leute haben sogar Nachnamen da. Manche Leute erfinden vielleicht irgendwas. Manche heißen Sexy Kitty, was weiß ich, 69 oder sowas. Oder Sexy Dude 69, um jetzt natürlich auch dabei zu bleiben. Aber manche haben eben auch echte Namen da. Und ich bin mir nicht sicher, ob ein Username quasi auch nicht öffentlich verbreitet werden darf. Von anderen quasi. Wenn man selbst, wie gesagt, kommentiert, ist das ja die eigene Sache. Aber deswegen, es ist auch eigentlich nur ein Vornamen. Und damit könnte man keinem Mensch die Identität ausmachen. Aber ich lasse es einfach trotzdem mal. Deswegen nennen wir sie D-Punkt. Ich erzähle immer wieder gerne Simpsons Folge. Die zweite Frage, Rektor Skinner möchte anonym Lisa S. ausrufen und sagt dann, nennen wir sie Lisa S. oder nein, liebe Elle Simpsons. Ich weiß, ich habe schon tausendmal gesagt, es war einfach nur ein Brüller damals. Die zweite Frage von der Dame. Weißt du, ob es Questmas woanders zu kaufen gibt als bei Beast Mode? Auf Amazon gibt es wahrscheinlich auch viele Kommentare von wegen Fake oder so. Also bei Amazon kriegt man tatsächlich sehr oft sehr teure Preise vor allem. Es gibt noch Händler, ich glaube Muskelmacher hat die auch, Beast Mode eben auch und einfach Google Fragen ehrlich gesagt. Also ich persönlich würde natürlich Beast Mode empfehlen, weil man da mit einem Rabattcode Foodlove 10% sparen kann. Aber ganz ehrlich, vergleicht einfach die Preise. Ich glaube Beast Mode ist dann auch nicht immer am günstigsten. Gerade aber wenn es so eine Aktion gibt mit 15%, dann ist das schon gut und man hat halt eine sehr große Auswahl. Aber wie gesagt, ganz ehrlich, ihr wisst, ich kriege vom Beast Mode, zeige ich euch ja öfter Sachen. Und es gibt den Rabattcode eben, wo ich übrigens kein Geld mit verdiene, wenn ihr den benutzt. Deswegen ist mir das eigentlich egal. Aber ihr spart Geld dadurch und ich profitiere indirekt dadurch, dass ihr diesen Rabattcode benutzt. Also schön ruhig, fleißig benutzen, das will ich damit nicht sagen. Aber ich will sagen, man muss immer ehrlich sein, guckt auch gerne nach den Preisen, ob ihr die irgendwo günstiger findet. Ich persönlich habe sie dort als erstes wieder richtig entdeckt, dass sie das große Sortiment hatten. Und deswegen ist das für mich einfach Anlaufstelle Nummer 1. Aber unter Vorbeid werden mal andere Shops in eine Aktion fahren. Vielleicht sind sie da auch mal irgendwo günstiger. Ich habe keine Ahnung, weil ich gucke nicht. Aber Amazon ist auch viel zu teuer, ganz ehrlich. Okay. Und sie bewundert, ach komm, jetzt gibt es noch ein bisschen Lob für mich. Sie bewundert mich, dass ich den Job und den Aufwand mit dem Wies unter einen Hut bekomme. Ja, ich mich auch. Nee, ganz im Ernst, es macht ja auch Spaß. Es ist ja nicht nur Arbeit. Es ist selten Arbeit, YouTube. Es ist voll heiß hier drin gerade. Vielleicht liegt das an diesem Hemd. Ja, eigentlich schon, oder? Aber ich habe die Heizung auch ziemlich hoch gedrückt, weil es draußen kalt ist. Vielleicht ist es auch der Lichtstrahler hier. Was wollte ich sagen? Ja, nee, macht Spaß, ist selten Arbeit. Manchmal so, ich sage mal, zum Beispiel nehmen wir, es war halt sehr aufwendig, aber lief auch sehr gut, nehmen wir das HelloFresh-Video. Da hatte ich sauviel Arbeit mit. Das Ganze kochen und aufnehmen, es war echt stressig. Und ich habe mir auch während des Videos gedacht, warum bist du eigentlich so ein Idiot und machst dieses scheiß Video eigentlich? Und am Ende habe ich mir das Video angeguckt und ich fand es cool. Und es haben so viele Leute angeguckt, es hat sich gelohnt, den Aufwand zu machen. Wohlgemerkt, sollte man so einen Aufwand, also würde ich so einen Aufwand auch nur investieren, wenn ich glaube, dass es viel geguckt wird. Es sind ja nicht nur ihr, seid ja nicht nur ihr gewesen, die das Video geguckt haben, sondern viele Leute von außen, die HelloFresh googeln, haben das Video gefunden. Dadurch hat es sehr viele Aufrufe bekommen, was mir natürlich wieder neue Abonnenten gebracht hat. Wer von euch ist über das HelloFresh-Video hier gelandet, schreibt mir das gerne mal. Deswegen hat sich das gelohnt, aber ja, also ab und zu ist es Arbeit, aber meistens macht es halt Spaß, von daher geht das. Was halt wirklich doof ist, ich produziere oft vor, habe dann mehrere Videos und wenn manchmal es vorkommt, dass ich kein Video habe und ich muss dann heute ein Video machen, sonst gibt es kein Video um 12 oder 19 Uhr, dann ist das manchmal ein bisschen nervig. Weil ich dann so, du musst jetzt eins machen. Ich kann es mir nicht ausrufen, weil ich mir denke, hier Arschlecken, ich mache jetzt kein Video, ich habe ja noch genügend auf Vorrat, sondern wenn man wirklich quasi, ich zwinge mich ja selbst, also was heißt selbst, ich zwinge mich nicht, weil ich möchte halt auch einfach, dass ihr mindestens um 19 Uhr eben ein Video habt. Das wie gesagt, das ist jetzt kein Zwang, aber manchmal denkt man sich so, oh nee, warum habe ich bloß keins auf Vorrat? Und dann ist es so ein bisschen, aber ich glaube, das merkt man auch gar nicht, weil es letztlich dann doch wieder Spaß macht, die Videos zu machen. Es macht wirklich selten keinen Spaß. Nächste Frage, wie ich bin, ich bin ja mal in der Eisjury gewesen, Gelato World Festival und wie läuft das Ganze so ab für dich? Also das war einfach dadurch, wurde angeschrieben von der Organisatorin des Ganzen, die über meine Webseite, ich habe ja früher, ich habe auf YouTube angefangen, habe aber auch auf meiner Webseite Eisrezensionen ordentlich geschrieben, auf foodlove.com, also sehr ausführlich auch und ich fand die auch ehrlich gesagt immer ziemlich gut, die Bewertung, die ich geschrieben habe. Und die muss mich darüber irgendwie gefunden haben, hat mich angeschrieben, ob ich nicht irgendwo Lust hätte bei so einer, es gibt halt mehrere Vorentscheidungen und von da kommen die Leute dann ins Finale nach Berlin und ich bin bei den Vorentscheidungen gewesen. Also ich war jetzt nicht im Finale, weil es auch einfach zu weit weg gewesen wäre, ich weiß auch nicht, ob ich dann da drin gelandet wäre, aber ich war halt zweimal dabei, weil die mich eben angeschrieben hat, die zwei Jahre war es schon nicht mehr, wegen Corona und ich war beim ersten Mal sogar auch in der Jury mit dem Erfinder des Spaghetti-Eis, das ist Dario Fontanella, wo ich auch in Mannheim in der Eisdiele war, da gibt es ein Video zu und ich habe ihn interviewt, ein sehr geiles Spaghetti-Eis. Es war doch fast schon so eine kleine Ehre, dass man so mit den Leuten da auf einer Ebene war und ich denke, natürlich habe ich jetzt nicht die Expertise wie ein jahrelang und auch deutlich älterer und erfahrener Mensch wie Dario Fontanella, vor allem nicht, wie man italienisches Eis macht, aber was ich habe, ist der andere Blickpunkt irgendwo und eben auch damals schon viel Erfahrung mit einfach diversen Eis aus Supermärkten und eben auch einfach die Passion dafür und das ist halt irgendwo auch wichtig, dass man irgendwo auch damit beurteilen kann, das Ganze und Ablauf hat halt eine Liste gehabt, wo dann bewertet wird Geschmack, Qualität, Zubereitung und Dekoration so ein bisschen und daran wird das alles bewertet und am Ende hat dann diejenigen gewonnen, die die meisten Punkte haben. Was sind eigentlich deine absoluten Highlights bzw. No-Gos? Fragt jemand. Ich werde das mal durchlesen. Ich glaube, man darf die Namen auch sagen. Ich werde das mal lesen. Was sind eigentlich deine absoluten Highlights bzw. No-Gos von all den Produkten? No-Gos. Es gibt da wirklich selten Sachen, die ich schrecklich finde. Es gab mal ein paar. Ich fand den Brottunk wirklich nicht so gut, wobei es interessant war, den zu testen. Was fand ich denn noch nicht gut? Fällt mir jetzt nicht ein. Es gab viele Sachen. Oh, hier. Oh, nee. Der Aktivier Haferjugend, das war das Schlimmste von allen und ich schmeiße ungern Sachen weg, aber das Ding ist in der Tonne gelandet. Das war echt schlimm. Ich habe euch neulich in der Community auch das Hotdog-Video empfohlen, wo ich ein Hotdog für die Mikrowelle getestet habe. Das Ding war auch schlimm, wobei es geschmacklich eigentlich nicht so schlecht war. Aber das Ergebnis dieses Mikrowellen-Hotdogs, wenn er in der Mikrowelle war, das war echt übel. Dafür ist ein sehr lustiges Video dabei entstanden, was mir nach wie vor sehr gefallen hat. Das war auch nicht gut. Ich glaube, auch noch ein paar andere Sachen, aber die fallen mir jetzt so gar nicht an. Highlights gab es halt viele Sachen. Da könnte ich jetzt irgendwie die Choco-Crossi-Sorted-Karamellen nennen, die mir immer im Kopf geblieben sind als etwas, was ich sehr geil fand. Ja, keine Ahnung, Leute, ich weiß es wirklich nicht. Ein Highlight-Video, also die Highlight-Videos für mich, kann ich allgemein sagen, sind die Videos, wo ich Food Love In, das ist die Playlist. Ich habe ja verschiedene Playlists, Food Love In. Also wenn ich irgendwo im Urlaub bin und von dort berichte, Wien zum Beispiel, Budapest, das sind so, oder auch New York, Tokio vor allem, das sind meine persönlichen Lieblingsvideos. Mag ich lieber als eine normale Food-Review. Aber gleichzeitig mag ich trotzdem von den Food-Reviews sehr gerne die ganzen Vergleichstests, Original oder Fälschung oder eben auch, wo mehrere Sachen durchprobiert werden. Aber so mein Herz hängt an diesen Videos, wo ich in einem anderen Land bin, in einer anderen Stadt, weil man da auch einfach dieses Gefühl in diesen Videos hat und euphorisiert ist. Und dann da auch irgendwie natürlich Sachen testet, zum Beispiel die Schnitzel in Wien und so weiter oder Eis in Wien. Ach nee, ich glaube, da gab es nur ein Foto zu. So eine Bratwurst in Budapest, also das macht halt auch am meisten Spaß, dort zu filmen. Also nicht, dass zu Hause eine Food-Review keinen Spaß macht, aber es ist natürlich was anderes, wenn man im Urlaub was macht. Und dann labere ich mit euch und ich labere halt auch einfach gerne, wie man gerade mal wieder bemerkt. Und das ist eine ideale Kombination. Das sind meine liebsten Videos. Und nächstes Jahr kommt was Geiles, wenn Corona es nicht kaputt macht. Das kann ich euch auf jeden Fall hier schon mal sagen. So, jetzt muss ich mal eben hier noch das Koffein vom Boden und Kakaoprömer von oben hochwirbeln. So, nächste Frage. Machst du dieses Jahr wieder jeden Tag Advents-Türchen auf? Natürlich, sonst kommt auch bald noch ein Ankündigungsvideo, sogar die nächsten Tage. Ab 1. Dezember morgens auf meinem Kanal, ihr müsst alle einschalten, sonst bin ich böse. Es werden Adventskalender-Türchen geöffnet. In diversen Adventskalendern, die ich euch die nächsten Tage schon vorstelle. Und ab dem 1. Dezember geht es los. Morgens verpennt, vor der Arbeit. Äh, danke. Ähm, was wollte ich sagen? Werden dann halt Adventskalender-Türchen aufgemacht. Und es wird ein Riesenspaar, sag ich euch, für die Leute, die es noch nicht kennen. Es gibt zwei Playlists mit den Adventskalender-Türchen 2020 und Adventskalender-Türchen 2019. Da könnt... Oder hab ich nicht sogar schon 2018 gemacht? Ich glaube schon, oder? Das könnte ich eigentlich mal gucken hier in der Playlist. Ach nee, da muss ich wieder die Filter hier ausmachen. Ich mach mal eben so, Sekunde. Da muss ich mal eben gucken. Ähm, so. Ähm, ich guck mal ganz kurz hier. Ähm, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Adventskalender-Parade 2020. Adventskalender-Parade 2019. Gab's nicht auch 18? Nee, da war's 19 und 20. Ich dachte, ich hätte vielleicht auch noch 18 gemacht. Nun denn, ähm, es wird ein großer Spaß. Schaltet auf jeden Fall ein. So, weiter zu den Fragen. Ich verlabere mich nämlich hier gerade schon so ein bisschen. Ähm, also es wird toll. Und so viele von euch freuen sich drauf. Und da freue ich mich richtig drüber, dass viele von euch diese Videos echt wertschätzen. Und, ähm, ja. Ich freue mich drauf, dass wir das zusammen wieder machen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Geld spielt keine Rolle. Was wäre deine Henkers-Mahlzeit? Ähm, es nennt sich Gurkengemüse. Gurkengemüse von meiner Mutter. Ist eigentlich kein Gurkengemüse. Es ist quasi eine Hackfleischsoße mit Schmorgurken und das Ganze auf Reis mit Dill. Das ist meine Henkers-Mahlzeit. Das ist auch quasi mein Lieblingsgericht ever. Ähm. Was ist ein Gericht, was du mit deiner Kindheit verbindest? Die nächste Frage. Da habt ihr die Antwort. Ähm, weiter geht's. Hast du Bruder oder Schwestern? Ich habe einen Halbbruder. Was würdest du machen, äh, wenn du im Lotto den Jackpot gewinnen würdest? Würde mich echt interessieren. Ich würde nach Bora Bora fliegen. Ich würde mir ein Penthouse in New York kaufen. Ich würde nach Tokio fliegen, nach Hongkong, nach Seoul, nach, ähm, ähm, Peking. Dann würde ich mir noch angucken, ähm, wie heißt denn jetzt nochmal das andere Ding? Shanghai natürlich. Shanghai natürlich. Und, ähm, wie heißt denn das andere Ding nochmal da? Koala, nicht Koala Lumpur, Quatsch. Ich würde mir ein paar, äh, Bilder von Charles Fazino kaufen. Das ist so ein 3D-Popart-Typ. Oder, äh, 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 ein paar mehr, lass es mich so ausdrücken, würde ich mir kaufen. Wie heißt nochmal das andere Ding? Alter, jetzt fällt mir das nicht ein. Das fällt mir irgendwann wieder ein. Und, äh, ich würde mir wahrscheinlich einen Porsche Cayman GT4 kaufen, ähm, noch größeren Fernseher und ein Haus. Und dann würde ich mir endlich, äh, ein, 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 ein Ding meiner Bucketliste auch erfüllen. Also die Bucketliste natürlich auch. Dazu gehört endlich Standlaussprech haben. Denn ihr seht zum Beispiel da hinten, das ist eine Lautsprecherbox von einer Raumanlage. Da steht auch eine Box, da steht auch eine Box, da steht auch eine Box. Da steht auch eine Box, da steht auch eine Box und da steht auch eine Box. Hier ist eine Dolby Atmos Anlage drin, also für Raumklang. Wobei die, die Atmos Lautsprecher nicht diese KEF KHT, Seitenverkehr 2005 Lautsprecher sind. Ich würde mir endlich Standlautsprecher kaufen. Also so richtig geile Standlautsprecher. Und dann gib ihm Hans Zimmer und, äh, ähm, Dings Interstellar. Oh ja, das wäre großartig. Und dann würde ich auch was spenden, würde ich natürlich auch machen. Wird sowieso wieder Zeit, das Ende des Jahres. Das heißt Spenden. Leute, wenn ihr genug Geld auf dem Konto habt, gebt was ab davon. Mach ich auch immer. Ähm, warum bist du selten wirklich gut gelaunt? Das war wohl eine Frage darauf, weil ich das im Auto gesagt habe. Tja, das könnten wir jetzt hier erörtern, warum das so ist. Ne, ich habe auch manchmal gute Laune, aber nicht immer. Ja, keine Ahnung, ich bin halt einfach, mein Glas ist immer halb leer. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, angenommen, du würdest jeden Tag eine Stunde Zeit für dich geschenkt bekommen. Was würdest du in dieser zusätzlichen Stunde tun? Zocken, Videospiele oder YouTube gucken. Was machst du, wenn ich nicht einschlafen kann? Ich kann immer einschlafen. Und wenn ich mal nicht einschlafen kann, dann gucke ich Fernsehen, bis ich einschlafe. Also tatsächlich brauche ich auch immer den Fernseher zum einschlafen. Also es läuft immer der Fernseher zum Schlafen. Ich brauche das. Was wolltest du als Kind werden? Archäologe. Selbstverständlich. Archäologe. Ich habe diese Dinosaurier-Hälfte gehabt. Ich wollte immer Archäologe werden. Archäologe ist mein absoluter Traumberuf. Ähm, stattdessen bin ich Biochemiker geworden und bin nicht reich geworden dadurch. Naja. Ich hätte damals, ich habe sehr viele Videospiele früher gespielt. Ich habe meine Jugend vor der Videospielkonsole verbracht und ich war auch relativ gut und hatte auch Ahnung. Ich hätte so YouTuber werden sollen, so wie Gronkh oder sowas. Ich habe mir übrigens zwei neue Videospiele gekauft. Shit. Und zwar Deathloop für die Playstation 5, war jetzt ein Angebot, Black Friday mäßig. Und Metro Exodus für die Playstation 5. Da freue ich mich schon sehr drauf. Zusammen 58 Euro oder so. Und apropos Videospiele, ich kann es euch nicht zeigen, weil hier ist, glaube ich, irgendwo so ein QR-Code auch drauf. Jedenfalls sind hier in dieser Mappe Karten für, ähm, wie hieß es nochmal? Äh, äh, Distant Worlds, Music von Final Fantasy mit richtig Konzert und sowas. Also mit so einem Orchester und so, allem Pipapo. Es wird episch, arschteuer die Karten, aber, weil ich habe beste Kategorie auch genommen. Ich meine, es ist Final Fantasy, hier ist alles voller Final Fantasy. Ich habe sogar noch ein eingeschweißtes Final Fantasy 13, weil ich mir dachte, das ist irgendwann bestimmt viel wert. Scheiße gibt es immer noch zu kaufen. Ähm, alle Final Fantasys hier zum Beispiel, hier haben wir noch Final Fantasy 13, 2. Dann haben wir Final Fantasy 10, äh, 2 haben wir hier noch. Und dann haben wir hier die Playstation-Spiele. Wo sind sie denn? Dort Final Fantasy 7, 8 und 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir hier noch. Und, äh, da noch. Alles voller Final Fantasy. Hätte ich machen sollen. Wie Gronkh wäre ich jetzt auch Millionär. Und, ähm, hätte vielleicht schon Porsche Cayman GT4. Aber, stattdessen habe ich was Vernünftiges gelernt. Ähm, 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 ähm. So, nächste Frage. Was mein Lieblingsgenre bei Filmen und Serien ist und was findest du eher behämmert? Äh, ich glaube, das kann man so allgemein gar nicht sagen. Ähm, ich mag eigentlich alles ganz gerne. Ich, Herr der Ringe ist halt mit mein Lieblingsfilme. Aber ich mag ja zum Beispiel auch sowas wie Shawshank Redemption. Also, die Verurteilten eben. Äh, ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Oder American Beauty, die dann halt eher so Anspruch haben, sag ich jetzt mal. Wobei Herr der Ringe in gewisser Weise auch Anspruch hat. Nur auf einer, vielleicht eher auf einer emotionalen Ebene irgendwo. Ähm, ich kann nicht so pauschal gar nicht sagen. Ich mag aber auch sowas wie Expendables, wo einfach nur Leute weggeballert werden. Finde ich auch geil. Vor allem, hallo, ich meine, alle Superstars dabei und ballern einfach nur rum. Wie großartig. Äh, oder er trashig wie Herkules. Ich, ich mag eigentlich alles. Ähm, was ich nicht so mag. So Musical, Tanzfilme, so ein Scheiß. Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also, total affig, ganz ehrlich. Ähm, also so Filme davon. Ich war auch schon mal im Phantom der Oper. Das war natürlich großartig. Aber so, so, solche Filme irgendwie. Ne, da kann ich nichts mit anfangen. Ähm. Ähm, nächste Frage. Wenn du dir eine Reise, egal wohin, wünschen könntest, welcher Ort würdest du wählen? Und sie schreibt auch gerade, das empfohlene Video mit dem Hotdog war das Beste, was ich je gesehen habe. Schaut euch das Hotdog-Video an. Ich verlinke es euch in der Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Ähm. Ich verlinke es euch in der Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Vor allem, wenn ich so viel rede. Äh, man hat mal zu mir gesagt, du redest zu viel. Da kann dein Gehirn gar nicht die Sachen aufnehmen, die du immer quatscht. Das ist manchmal so. Oder zu viel. So Gedankensprünge, ihr wisst das. Das ist immer so bei mir da oben. Und dann kriege ich gar nicht mehr mit, was ich eigentlich gequatscht habe. Ähm. Okay. Also. Habe ich das jetzt? Ach so, Reise, genau. Habe ich ja gesagt. Aber wenn ich mir jetzt eine Sache aussuchen dürfte, nur ein Ort, dann wäre das Hongkong. Hongkong, also angenommen, ich wäre noch nirgendwo gewesen, dann wäre auf Nummer 1 New York gewesen. Da war ich aber schon. Auf Nummer 2 wäre Tokio gewesen. Da war ich aber auch schon. Als nächstes würde Hongkong kommen. Also Hongkong ist das nächste, wo ich unbedingt mal hin möchte. Da möchte ich so richtig diesen Kontrast von Moderne zu abgefuckten Gegenden sehen, wo so alles zerfällt und irgendwie sowas. Jetzt, es ist so diese, ich mag Dystopien manchmal so ein bisschen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum das Glas bei mir halb leer ist. Auf welche Weihnachtssüßigkeiten freust du dich am meisten? Die Lind-Weihnachtsmandeln sind die besten. Welches waren deine Lieblingsspiele als Kind? Wahrscheinlich, Mensch, ärgere dich nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Wie doof. Videospiele? Nee, ich weiß es gerade gar nicht. Was habe ich gerne gespielt? Ich habe mit meiner Oma gerne Kniffe gespielt. Das hat Spaß gemacht. Aber vielleicht hat man da auch eher so eine emotionale Sache dann mit zu. Ähm. Mir fällt gerade ehrlich gesagt nichts ein. Ich hatte so ein paar Mausreißer aus. War auch irgendwie cool. Ich weiß nicht mehr. Oh, kennt ihr noch das mit den Bravo-Traube? Das war natürlich cool. Die dann so zerquetscht wurde. Kennt ihr das noch? Absolut großartig. Könntest du mal ein Video zu Palmöl machen? Ja, ich habe das schon öfter angeguckt. Oh, Leute, es tut mir leid. Aber ich habe... Oh, Leute. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Ich brauche Urlaub. Ich brauche Urlaub, um mich mit einer Videoserie zu beschäftigen, die ich schon länger plane. Also ein neues Format quasi. Aber da gebe ich zu, das kostet halt auch wirklich Zeit. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann wirklich in einem Video... Weil diese Videos lassen sich nicht einfach so abdrehen. Oder... Also viele Videos, die ich mache, da mache ich ja eine Food-Review. Das muss ich ja jetzt nicht. Wer weiß, wie viel vorbereitet. Man guckt sich mal an, ungefähr, was es ist. Am Ende hat man Nachbereitung. Wie Video vielleicht ein bisschen schneiden oder sowas. Ja. Aber sonst hat man da jetzt nicht so viel Arbeit mit zu tun. Aber diese Videoserie, die ich machen würde, da steckt wirklich viel Arbeit drin. Recherchieren. Und... Ich gebe auch ganz offen zu, ich habe keinen Bock drauf, fünf Stunden in ein Video zu investieren oder so. Und am Ende gucken sich 2000 Leute an. Über die Zeit gucken sich es wahrscheinlich mehr Leute an. Aber das ist halt so ein bisschen... Ich bin da auch einfach ehrlich. Ich habe Spaß an Videos. Aber ich möchte auch nicht einen halben Tag oder einen ganzen Tag Arbeit in etwa stecken, wo ich dann am Ende überhaupt nichtmals ein bisschen mehr für bekomme. Das ist halt irgendwo auch wichtig für mich. Und das Palmmüll-Video wird nicht so sein, weil viele Leute würden sich das Video angucken. Aber trotzdem habe ich noch ein bisschen die Hemmung dafür und habe auch einfach noch nicht die Erfahrung, wie ich so ein Video mit Recherche, wo wir nochmal recherchieren, wie ich so ein Video aufbaue. Vielleicht muss man es auch einfach ein bisschen üben. Vielleicht werden die ersten Videos scheiße und danach werden sie besser. Meine ersten Food-Reviews. Mein Gott, guckt euch die mal an. Das war absolut schrottig. Also jetzt mal ganz im Ernst. Aber ich war einer der Ersten auf YouTube, der es gemacht hat. Ja. Schon vor vielen, vielen Jahren. Ganz, ganz vielen Jahren. Ich glaube vor zehn Jahren oder so habe ich mein erstes Food-Review gemacht. Da gab es wahrscheinlich gar nicht mal das Instagram. Gab es das überhaupt schon? Egal. Und ich habe nur nie was daraus gemacht. Auch so ein Ding, was ich verkackt habe im Leben. Ich hätte damals vor zehn Jahren anfangen sollen, es richtig zu machen. Dann wäre ich jetzt hier zehn Millionen Abonnenten auf YouTube. Aber immer hier, die ganze Zeit. Non-Stop. Stattdessen. Tja. Habe ich ein Stranger-Things-Foto, ähm, 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 Filmplakat in einem Ikea-Rahmen. Statt irgendwie einen maßgeschneiderten Holzrahmen aus einer Galerie für 300 Euro zu haben. Traurig. Einfach nur traurig. Ähm. Video zu Palmöl. Ja. Kommt irgendwann. Diablo 2 kommt immer noch so gut nach 20 Jahren. Welche ist deine liebste Klasse? Fragt auch jemand. Finde den Totenbespiel am coolsten. Ich spiele immer den Barbar. Ich möchte immer, ich spiele eigentlich die Klasse immer, die bei so Rollenspielen allgemein. Ich nehme immer die Klasse, mit der man mit Schwertern spielen kann. Weil ein Schwert ist für mich die coolste Waffe in so einem Mittelalter-Spielen. Ist einfach am edelsten irgendwo. Und deswegen, äh, immer das, womit man Schwerter spielen kann. Äh. Meine Lieblingsfarbe. Ich glaube grün. Was an Heiligabend gegessen wird? Keine Ahnung. Hast du die Metal Gear-Reihe gespielt? Natürlich. Hier. Großartig. Großartig. Hat mir sehr gut gefallen. Wie groß ich bin? Äh. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich weiß es nicht. Es müsste so 1,80 sein um den Dreh. Vielleicht bin ich auch schon geschrumpft und bin nur noch 1,79. Äh. Jetzt habe ich mich schon mal gefragt. Da hat sie aber dann nicht drauf geantwortet. Da habe ich gefragt, warum diese Frage? Und dann antworten wir nicht mit Gegenfragen. Na ja, na gut. Ich habe sie ja jetzt jedenfalls beantwortet. Was haben wir als nächstes? Ähm. Meine Meinung zu King of Queens. Ach, komm mal Leute. Jetzt muss ich ja erst mal aufstehen, ey. Meine Meinung zu King of Queens. Großartig. Alle, äh. Komplette Staffel. Großartig. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen kann ich eine unterschätzte Perle euch empfehlen. Auch wenn die letzten Staffeln nicht mehr ganz so geil waren. Mike & Molly ist quasi original King of Queens mit anderen Schauspielern. Es gibt leider nur 6 Staffeln. Und die, nach so 4, 5, 6 waren sie auch nicht mehr so geil. Aber ich habe eine Menge Spaß gehabt mit Mike & Molly. Also wirklich großartig. Ich kann es euch sehr empfehlen. Guckt euch Mike & Molly an, wenn ihr King of Queens geil fandet. Es ist eigentlich genau das Gleiche. Äh, 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 äh. Genau. Wenn ich mal kurz gucken. Wo ist die Frage? Dass du eine Ausbildung zum examinierten Krankenpfleger gemacht hast. Nein, ich bin examinierter Altenpfleger. Drei Jahre. War mir bisher irgendwie entgangen. Echt krasser Job. Könnte ich nicht machen. Wie bist du denn dazu gekommen? Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich bin examinierter Altenpfleger. Habe ich drei Jahre gelernt bei der AWO. Habe ich auch abgeschlossen. Also ich kann theoretisch als examinierter Altenpfleger arbeiten. Bin natürlich ein bisschen raus aus dem Job. Die Ausbildung habe ich gemacht, bevor ich mein Abi nachgeholt habe. Und nach dem Abi habe ich dann studiert. Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich brauchte einen Job. Und ich bin einfach ein netter Mensch. Keine Ahnung. Kann man anderen Leuten helfen. Aber letztlich bin ich auch nicht im Job geblieben, weil die Ausbildung mir ja auch gezeigt hat, dass du zu wenig Geld, also ich sag's ganz ehrlich, du kriegst so wenig Geld für einen knüppelharten Job, wo dir eigentlich niemand Danke für sagt, außer ab und zu die alten Leute. Und das war's. Und sonst wirst du vielleicht nur von manchen Leuten als irgendwie Arschabputzer bezeichnen. Was du, wir sprechen, ist außer halt auch einfach viel machen musst. Und, ähm, ja, das ist halt irgendwie doof. Und, äh, ja, wenn ich dann so manchmal, ich denke, man immer so weiß, ich sehe so manche Ärzte, die so in ihrem Ledersessel sitzen und da reinfurzen den ganzen Tag und so einfach überhaupt gar keinen Bock haben, dir irgendwie zu helfen oder irgendjemandem zu helfen, kriegen einfach so das Fünffache davon, was eine Altenpflege hat oder Vierfache und die reißen sich den Arsch auf. Und natürlich gibt es jetzt tausende Jobs, wo das auch so ist, aber es tut mir leid. Ähm, es gibt Jobs, die haben einfach mehr Geld verdient und dazu gehört sowas wie Altenpfleger oder auch Krankenpfleger oder irgendwie sowas. Ja, das ist halt einfach so. Und es tut mir leid, wenn man halt, ähm, und ich möchte das wirklich nicht, hey, dann gibt es halt wieder Leute, die es missverstehen. Deswegen nenne ich jetzt hier nichts Konkretes, aber es gibt Jobs, die haben es auch einfach nicht verdient, dass man da irgendwie 2000 Netto mit, das ist jetzt nicht viel, aber dass man da irgendwie, also nicht verdient ist auch hart. Jeder soll genügend Geld zum Auskommen haben, deswegen müsste das Grundsystem überarbeitet werden. Aber es gibt halt Jobs, die sind leichter als andere, fertig, aus und da hat man dann auch nicht so viel Geld zu bekommen. Punkt. Und, ähm, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich möchte nichts nennen, ihr wisst aber, glaube ich, einfach, was ich meine. Wenn man irgendwie viele Jahre studiert hat oder einen Job hat, irgendwie am Bau sitzt oder eben den ganzen Tag sich um kranke Leute kümmern muss und tragen hier und tragen da und nur im Stress ist, dann hat man einfach mehr Geld dafür zu bekommen als Leute, die einfach nicht so viel zu tun haben in ihrem Job. Das ist halt einfach so. Und, ähm, deswegen, ähm, ist das ein Job, der zwar an sich sehr gut ist und diese drei Jahre Ausbildung haben mich, haben mir menschlich natürlich viel gelehrt, ähm, aber ich würde den Job nicht machen wollen. Nicht für das Geld und auch nicht unter den Bedingungen würde ich das nicht machen wollen. Ähm, also jetzt so zukünftig. Angenommen, jetzt jemand wird kommen und sagen, äh, also ich mag meinen Job, den ich auch jetzt habe, von der würde ich ihn wahrscheinlich sowieso nicht kündigen. Aber jemand kommt hier, komm, machst du Altenpflege, kriegst so viel Geld wie jetzt und es ist weniger stressig, dann würde ich es wahrscheinlich auch wieder machen. Also versteht ihr? So, ne? Ähm, ja. Äh, äh, was es Weihnachten zu essen gibt und, äh, keine Ahnung und ab wenn es halt Plätzchen backen, ähm, vielleicht. Das hängt davon ab, wie viele Sachen ich noch übrig habe von den ganzen Foodtests hier. Es sieht ja so aus, als ob ich noch einiges übrig habe. Domino, steinende Lebkuchen. Ähm, aber ich glaube, das hatten wir zuletzt, ne? Ich glaube, die Frage hatten wir schon jetzt, ob ich politisch interessiert bin, oder? Ich, ich beantworte es vorsichtshalber, weil ich mir jetzt nicht sicher bin. Ob ich politisch sehr interessiert bin? Nein, überhaupt nicht. Politik ist, äh, geht mir auf die Nerven. Welche JRPG magst du am liebsten? Hatten wir schon. Final Fantasy und Dragon Quest. Hast du mal World of Warcraft gespielt? Nein. Magst du Herr der Ringe? Ja. Was ist dein Lieblingscafé in Dortmund? Und, uh, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da gibt es keins. Schlechteste Produkt, das je getestet hat, war der Haferjoghurt. Genau. Ich glaube, die Fragen hatten wir jetzt danach. Ja, ich bin mir relativ sicher. Also, ich bin durch mit den Fragen. Neue Fragen gerne wieder in die Kommentare schreiben. Ansonsten habe ich euch auch erzählt, was ich erzählen wollte. Ich habe mir Videospiele gekauft. Ich habe euch von den tollen Final Fantasy Karten erzählt. Was ich übrigens auch für Karten, äh, äh, da hinten habe. Gab es zum Geburtstag. Ähm, aber dann erst im Nachhinein, weil es keine Karten mehr gab. Krimi-Dinner. Hallo? Wie großartig ist das denn? Wart ihr schon mal bei einem Krimi-Dinner? Man sitzt dann irgendwie so und ist am Futter, kriegt so geiles Gänge-Menü. Und dann stehen wir auf einer Bühne und Schauspieler machen so ein Krimi. Boah, es wird episch. Ich wollte sowas schon immer mal machen. Ich war mal bei so einem, äh, bei so einem Dinner, wo dann eher so eine, so eine Show war auf der Bühne. So mit Tanzen und so ein bisschen Comedy. Das war so unfassbar gut. Und ich freue mich so sehr auf dieses Krimi-Dinner. Es wird fantastisch, sage ich euch. Ja, ansonsten, ähm, bin ich jetzt, glaube ich, durch für heute. Die Fragen wurden beantwortet. Es gibt sonst nicht viel zu erzählen, außer dass mir warm ist und ich mich freue, mein vergammeltes T-Shirt wieder anzuziehen, welches ein bisschen bequemer ist als dieses unzüchtige Hemd hier. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ähm, nochmal als Erinnerung, auf jeden Fall ab den 1. Dezember gucken, die Adventskalender-Videos. Aber da kommt auch nochmal ein eigenes Video zu und ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Herzlichen Dank nochmal an euch, dass ihr hier so treu diesen Kanal hier, ja, wir haben die 16.000 auch durchbrochen. Wobei man sagen muss, davon sind ja auch viele über die Jahre auf der Strecke geblieben. Es gucken sich ja keine 16.000 Leute meine Videos an. Das wäre cool. Das könnte ich auch so machen. Ne, nicht ganz, aber ein bisschen mehr könnte ich dann so machen, wenn 16.000 Leute sich die Videos angucken würden. Da bin ich nicht. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, danke, auch nochmal herzlichen Dank an meine Kanalmitglieder. Möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, die hier, äh, dieser Mitgliedschaft, äh, beigetreten haben, um mich ein bisschen zu unterstützen. Auch an die, die bei Patreon mal dabei sind oder waren oder mal bei PayPal was geschickt haben. Ich danke euch dafür und ich danke aber, wie gesagt, natürlich immer allen, auch die, die, äh, äh, quasi, ja, nichts davon machen, ähm, auch aber dafür fleißig zuschauen. Das ist sehr, sehr wichtig für diesen Kanal. Und ich kriege manchmal Kommentare von Leuten, die sagen, ja, ich gucke mir immer die Werbung an, weil ich weiß, dass dich das unterstützt. Ja, tatsächlich ist das so. Tatsächlich ist das so. Ähm, aber ich, ich möchte auch nie jemanden nötigen, das zu tun. Ähm, ihr wisst aber, so einfache Sachen sind immer sowas wie, wie ein, äh, Like-Knopf da lassen. Das ist so einfach und das hilft wirklich einfach sehr. Ähm, von daher, ja, danke auf jeden Fall dafür und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Tschüss.